Jetzt wieder zum Apollo Square, oder was? War ich da eigentlich schon? Okay. Soll ich jetzt? Oh. Ich war so wütend, als ich hier angekommen bin, aber... Mein Gott. Ich hatte ja keine Ahnung. Hier sind überall Bewaffnette. Ich habe eine Frau gesehen, die fliehen wollte und über den Zaun geklettert ist. Einer von Ryans Wachleuten hat nur auf sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Einfach so. Was geht hier vor sich? Was? Ah, hier sind auch schon wieder welche, oder was? Boah, wie viele? Zwei Stück. Oh, Mann. Was ist jetzt? Ah. Mann, fertig. Los, Big Daddy. Los, Daddy. Mach ihn fertig. Au. Was war das denn? Wieso kriege ich eigentlich immer eins aufs Dach? Ach, ich lasse Daddy kämpfen. Echt, was soll ich? Wir waren doch fertig, Alter. Wie lange dauert denn das? Er kämpft... Er ist einfach so stark sogar gegen einen Big Daddy. Oh ne, jetzt habe ich einen Sekt. Oh, das mit dem Big Daddy war schon ganz gut. Oh nein, jetzt kämpft er gegen mich. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Oh ne, verdammt nochmal. Wie soll das gehen? Keine Ahnung. Wir kämpfen die gegen den Big Daddy. Das ist okay. Nein, nein. Was sind die Big Daddy? Der donations mich. Das ist meine Erwittungen. Das ist meine Erwittungen. Stiamo! Wie ist das? Wann? 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 Voll auf den Big Daddy, jetzt geht er auf den los, oder? Was hast du, Mary? Das ist los, als hätte ich es so gar nicht. Hör! Kämpf gegen ihn, los! In dem Zustand, in dem Fontaine sich versetzt hat, ist es zu gefährlich, deine Plasmidie zu modifizieren. Du musst mit dem zurechtkommen, was du hast. Ja, wow. Und wie lange? Das ist halt das. Wie lange? Aber das sieht auch krank krass aus. Jetzt wieder Winter. Ich hasse dieses blöde Ding, Alter. Ich hasse diese blöden Geschütze, Alter. Die gehen mir so auf den Zeiger und jetzt habe ich nicht mal Strom. Alter, warum schießt er auf mich? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ah. Ah. So. So. Was ist denn los? Jetzt bricht die Hölle auf. Was ist denn kaputt los? Oh. Alter. Die Junge. Drei Sachen schießen auf den und der steht noch immer. Zwei Drohnen und das gibt's einfach. Egal, du hältst dich nicht. Drei Sachen schießen. Sehr gut. Da. Okay, workhame. Okay, workhame. Komm her, komm her, hau nicht ab! Hört auf, auf mich zu schießen! Komm mal, Alter. Ah, was war? Ich hasse dieses Level, Alter. Oh Mann, ey, echt. Das ist echt zum Heulen, dieses Level. Okay. Jetzt tun wir es gegenseitig. Wenn du hier ein Edicard hast, musst du reich sein. Den ist ein auswendiger Heil. Ich bin hier, um dich zu richten. Okay, 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 okay. Oha. Oha, oha, oha. Das ist gar nicht so einfach. Okay. Oha. Oha. Das war's für heute. Das habe ich nicht vernichtet, deinen Erstgeborenen. Ich brauche einen Big Daddy. Ich bin natürlich nicht viel, wenn ich keinen Big Daddy habe. Komm doch jetzt mal hierher. Weißt du, diese Scheiß-Kamera hat mich die ganze Zeit schon sagen, aber so kommt die Drecks-Kamera nicht. Aua. Ja, natürlich. Alter. Alter. Böder Sack. Willkommen im Zirkus der Welt. Willkommen im Zirkus der Welt. Okay. Das geht nicht auf. Die Lady Klammer, wenn du musst du reich sein. Glaublich. Guck dich da rein. Die Tür geht auf. Okay, perfekt. Nein. 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 Ich schwör's dir echt. Ich hab keine Chance wieder. Ich... Mann. Na, Pistik. Aua. Ich schwör's dir gleich. Toll. Ah. Nie wieder extrem. Ohne Witz. Das ist einfach echt... Frustig des Zorgens. Das ist einfach echt nervig. Na gut, ist nur bei dem Spiel so. Also bei dem Spiel ist schon extrem... extrem nervig. Der Ratgeber steht. Der Ratgeber steht. Nein. Nein, Alter. Ich wollt' das. Drecks Ding, Alter. So sieht's aus. Ah. Ah. Überall sind diese... Drecks. Gesch... ... 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 Alter. Mach ich denn überhaupt Schaden bei dem? Es ist doch zum Heulen. Ah. Ah, mein Lady. Musst du dir ja alles mit ansehen. Oh Gott, das explodiert bestimmt gleich. Alter, was haben die denn mit den Toiletten hier gemacht? Cranker Shit. Okay. Okay. Das ist so nervig. Das ist so nervig. Danke, das hab ich gebraucht, echt. Er schießt einfach nicht auf den Dummy. Er schießt einfach nicht auf den Dummy. Oh. Wow, was ist das denn? Klinischer Versuch. Protector System Plus Meet. Charge Nr. 255. Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Gören geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht auf. Papa Sucho! Ja, hau ab! Oh. Vielleicht, wenn ich dieses genetische ... Papa Sucho! Weg da! Papa Sucho! Papa Sucho! Papa Sucho! Papa Sucho! Papa Sucho! Hau ab, du dreckiges kleines Miststück! was? Zurück! Zurück! Ja! 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 Ah ja. Das ist wohl der Werte-Doktor. Und ein Big Daddy hat ihn umgebracht. Sehr gut. Ist das jetzt wieder okay, alles? Ja, man, jetzt ist wieder alles normal. Gott sei Dank. Nimm die Tauchkugel zum Point Prometheus. Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Aber davor muss ich mir jetzt noch die zwei Little Sisters holen. Ich bin nämlich der Little Sister Retter. Scheiße. Ja. Bienen. Unwürdig. Wieder kein Schaden. Unglaublich. Tot. Ja, hier war ich schon. Ja. Ah, das wird so. Der Schatzkistolen ohne Ende. Dein Wille geschehen! Wo ist der Schuh? Dein ist auch deine Gebärdrubbel! So, kollektor! Jetzt kommt Schaden. Na doch, nach! Bitte! Danke! Oh, gah! Alter, was soll das? Das gibt's doch einfach nicht! Ey! Spritzpistolenwaffen! Spielzeugpistolen sind das! Spielzeugwaffen habe ich! Einfach nichts tötet die! Nichts! Dreckspiel manchmal, echt! Oh, noch einmal Big Daddies, Alter! Wo sind die ganzen Big Daddies? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und wo ist der jetzt hin? Was ist das? Das ist doch einfach nicht wahr! Ich hole jetzt! Ich hole meinen Daddy! Ich hole meinen Daddy! Ich hole meinen Daddy nicht! Weil ich bin vielleicht tot! Das ist die ganze Zeit, was du mir hilfst! Und dann dieser Abschied! Ich kann nicht ja kommen! Das ist alles! du mir hilfst. Dreckzack. Aua, Mann. Wieso schießt ich mein eigenes Geschütz ab? Aua. Warum schießt du auf mich? Warum schießt du auf mich? Warte mal. Mir fehlen zwei Stück. Jetzt muss ich wieder auf die Suche gehen. Oh Herr, ich hab dich für Geld verrast. Und was hab ich jetzt davon? Natürlich! Natürlich! Wo ist der? Hey, was war das? Was ist jetzt los? Was war denn das, Alter? Ich konnte nicht mal kämpfen, weil ich nichts gesehen hab. Okay, da muss ich hin, aber... Ja, ja, jetzt bleib doch locker. Das hat Ryan wahnsinnig gemacht, als ich anfing, die Ruhrtätigkeitsmarsche abzuziehen. Das hat man keine Stadt bauen, damit die Leute einen anbeten. Wie viel hat er denn jetzt noch? Wie viel hat er denn jetzt noch? Der hat nicht mehr viel. Ich muss ja nur noch eine Little Sisters sich holen. Komm, wir laufen mal. In die Nähe einer Little. Wie viel hat er. Auf meiner Seite. Noch. Noch ist er auf meiner Seite. Ach! Ich komme raus und es sind einfach drei, vier, fünf, zwanzig, ein, tausend, alter. Das ist unfair, Alter. Das ist einfach unfair. Oh, dieses Level, da macht mich körre. Äh, ich krieg meine Big Sister nicht, äh, meine Little Sister nicht. Der ist echt, der ist echt sch... Okay, das wird jetzt echt wieder hart. Ich muss kämpfen. Ich bin schon tot. Zwölf. Zwölf Granaten. Mal gucken, ob das was bringt. Wo ist er denn? Da ist er. Er macht einen Schuss und ich bin... Oh, gleich. Diese Bolzenkanone ist so mächtig. Na, wo bin ich jetzt? Ah, jetzt bin ich gleich hier. Oder? Ne, jetzt bin ich hier. Hä, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Jetzt weiß ich nicht, wo die... ...die Sister ist. Wo ist er denn jetzt? Ist er weg? Wie schnell sind die denn weg, bitte? Die waren doch hier. Wo sind sie denn jetzt hin? Einfach weg. Wie soll ich denn so... Da kommt schon wieder einer. Wie geil ist der. Scheiß-Splice-Hassen. Einfach... ...und der wieder. Einfach so. Und der wieder. Ah, wo ist denn der jetzt? Das ärgert mich jetzt echt. Wo ist der jetzt hin? Kann ja nicht sein, dass der jetzt so weit weg ist. Oh, diese scheiß Little Sisters. Ihre Drecks. Big Daddies, Alter. Echt. Oh, schau an. Was ist das denn jetzt? Alter, wo sind die denn jetzt? Der Schmuggler ist der Freund des Parasiten. Es ist ihre Pflicht, den Schmuggler zu melden. Ne, da geht's... Da geht's ja raus. Oh, Mann, Alter. Ich will doch eigentlich jetzt nur... Da ist er doch. Wo kommt er denn jetzt plötzlich her? Einfach von irgendwoher kommt er. Das ist ja auch seltsam manchmal echt. Tu ihm weh, Mr. B. Tu ihm weh. Tu dir weh, Mr. B. Na, komm schon. Es ist zum Heulen. Und jetzt ist er wieder weg. Jetzt bin ich wieder hier. Alter, weißt du, kannst dich mal entscheiden, wo ich spawnen soll. Echt. Ja, alles klar. Das ist dann schon. Hau rein. Gute Nacht. Oh, nein. Jetzt hat er sie reingebracht. Zeit für die Heier. Ist er fast tot. Und jetzt ist sie weg. Das ist natürlich wieder super. Wir haben immer so viel Glück. Hol doch jetzt die kleine wieder raus. Und jetzt kommt er zum nächsten Mal zu dem hier wahrscheinlich. Die Dinger sind gar nicht. Doch hier. Ah, okay. Und wo noch? Sie sind nur da. Hier ist nur Little Sisters. Oder ist das der Automat? Ach, ist das der Automat? Geil, ist ein Elektron. Ich muss nur warten, bis er sie wieder rausholt. Oh. 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 Doch. Das war jetzt lang genug. Das war jetzt lang genug, die Falterei. So. Danke. Danke. Gut. Hau ab. Rein mit dir in den Schacht. So. Zeit fürs Haierbettchen, Mr. B. Zeit fürs Haierbettchen, Mr. B. So, jetzt das Problem. Ach, da kriege ich jetzt noch die letzte, ne? Das sind ja zwei. Oh, das ist ja nervig. Jetzt muss ich da lang. Kommen sowieso gleich wieder Gegner. Ich weiß es. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Okay, gehen wir mal da entlang. Muss noch mal kurz zurück. Gleich. Es. Ja, ja, ich bin hier. Hier, hinter dir. Nein, vor dir. Ah, ah. Ah, vielleicht. Da bin ich schon mit. Nein. Ah, okay. Ah, ha, 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 ha. Oh, tschüss. Ich brauche noch eine Little Sister, baby. Wo kriege ich denn jetzt noch eine Little Sister her? So groß ist das Level nämlich gar nicht. Warum brauche ich eigentlich zwei? Ach, das ist doch wieder scheiße. Eine hätte es doch gereicht. Nein, das müssen zwei sein. Mag ich jetzt. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Mach ich jetzt. Jetzt muss ich warten, bis irgendwo wieder ein Big Daddy spawnt. Oder ich geh mal hier gucken, ob ich das hier noch einschliere. Hier sind auch solche Schächte, aber hier ist kein Big Daddy. Ah, Tom'shawn. Ah, natürlich. Ah! Was zur Hölle? Warum ist hier keiner? Da frage ich mich ja schon. Oh Gott. Oha, auch noch so ein Scheiß. Ich war so weit weg von diesem blöden Pfeiler. Aber trotzdem hat's mich ungeschüttet. Aber trotzdem hat's mich ungeschüttet. Wo ist denn dieser Big Daddy, Alter? Wieso ist hier kein Big Daddy? Ich war hier oben noch gar nicht. Soll ich diesen Raketenwerfer schon mal sehen? Wie soll ich denn das kaputt machen, wenn ich nicht draufschlagen kann? Also. Alles, was zurecht ist. Echt? Ich hab gehofft, dass hier auch ein Big Daddy kommt, aber irgendwie spawnt hier keiner. Irgendwie spawnt hier keiner. Alter, wo? Keine Ahnung, woher die jetzt wieder fahre. Oh Mann, ey. Ich bin so froh, wenn ich die letzte, die das ist da. Guck mal, da sind überall welche. Warum ist hier kein Big Daddy? Was war ich jetzt hier drin? Irgendwo schießt die aus. Irgendwo. Oh. Da lebe ich ja noch. Der ist zack, Alter. Die schlägen sich immer hin und tun so wie sie tot wären. Bleib liegen und bleib wirklich tot. Komm her! Komm her jetzt! Wer nicht weg! Aua! Zack, Alter. Echt? Echt? Was ballert denn da? Was ballert denn da die ganze Zeit? Ach komm! Ach komm, Alter. Ach komm! Ach komm, Alter. Egal wieviel ich töte. Da ist schon wieder einer. Du wirst erkennen, dass ich den Abend bin. Wilder Sack, Alter. Echt. Wo ist der andere? Der ist tot. Der andere da drin ist. Ich weiß nicht. Wieso? Hättest du mir die Wollen auf den Hals? Du machst es uns beiden so schwer! A2. Sterb mit Würde! Nein! So dumm einfach! Echt! Schon wieder kann ich die Minen nicht mitnehmen. Was sind das für Fotos? Die sehen alle gleich aus. Okay. So. Die Frage ist jetzt... Wo bleibt der andere Big Daddy? Warum ist hier keiner? Und wie komme ich jetzt an die Little Sister? Muss ich wahrscheinlich wieder zurück und dann... Spawnt wahrscheinlich eine andere. Okay. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das soll es sonst wieder funktionieren. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist hier jetzt wieder einer gespawnt. Oder? Ja, da ist er doch. Ich weiß nicht, was ich sonst mitmachen. Ich weiß nicht. Jetzt erst mal auf meine Seite. Ich weiß nicht, was ich sonst mitmachen kann. Ich weiß nicht, was ich sonst mitmachen kann. Ich weiß nicht. Zerstückelt bitte! Gut gemacht. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, irgendwie muss ich jetzt kurz kommen. Ja genau, er muss jetzt noch ein bisschen gegen stärkere Gegner kämpfen, brennen und so. War's das? Schon wieder erledigt. Mist. So ein bisschen jetzt, dass er so ein bisschen Schaden nimmt, damit ich es nicht mehr so schwer habe. Die Leute haben gelernt, mir zu vertrauen. Mir, Ryans Geliebter. Nein, sie haben mich nicht verstoßen. Sie haben mich schließlich sogar zu Atlas gebracht. Ohne ihn würden die Menschen vom Apollo Square aufgeben. Ich habe ihn gefragt, ob er einen Aufstand gegen Ryan anführen würde. Aber er hat nur gesäufzt und gesagt, er sei kein Befreier. Befreier wird es gar nicht geben. Oh nein, er hängt fest. Die Menschen würden sich schon selbst befreien. Ich habe immer geglaubt, Andrew Ryan war ein großartiger Mensch. Viel dumm, nicht doch wahr. Was macht er? Er hängt voll fest. Ein Mist. Oh Gott, das hat Mist nicht, Junge. Verpiss dich. Genau, bleib liegen. Gut gemacht. Ich höre, nein. Aber er kommt nicht hier hoch. Wieso? Oh, ganz gut. Au. Oh, jetzt bin ich auch noch gestorben. Wie dumm. Jetzt kämpfen die, oder? Jetzt kämpfen die da drin. Los, Big Daddy, mach ihn fertig. Los, mein Daddy ist stärker. Mein Daddy ist stärker. Nein, er hat ihn ganz schön voll auf die Fresse gekriegt. Ah, er hat ihn tatsächlich besiegt. Oh, bist der beste Daddy. Aber du bist fast tot, Daddy. Okay, ich hab die letzte. Ja, Mann, ich hab die letzte. Doch, doch. Schluss jetzt. Ach, Gott sei Dank. Okay, Mr. Bubbles ist pennen gegangen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt hier rein? Was ist das? Auf den Boden! Auf den Boden! Geh doch selber auf den Boden! Los, auf den Boden! Auf den Boden! Du blöder Drecksack! Nein, das war das Falsche! Äh, ich bin jetzt nicht tot. Das war nicht tot. Geh auf den Boden! Los! Geh auf den Boden! Pfui! Ah, du Drecksack! So sieht's aus! Wenn du hier eine Lady klar machen willst, musst du reich sein! Wenn du hier eine Lady klar machen willst, musst du reich sein! Zitiert er, darf ich da... Ich verlange, erschossen zu werden! Was ist das? Ah, ne. Okay. Noch weiter hoch. Alter, was ist das hier? Nein. Oh, ne. Nicht so eine. Oh, ne. Nicht so eine. Ich muss immer wegrennen. Feige, Muschi. Komm her, jetzt. Eint aufs Maul. Aua. Komm her, jetzt. Aua. Ach, Koffer. Ach, Mann, Alter. Jedes Mal, Alter. Du hast keine Chance. Raus. Weder mit dem Schraubenschlüssel, noch mit sonst irgendwas. Ach, scheiß auf die jetzt. Keine Lust mehr. Ja, ja. Ja, mich auch. Tschüss, ich bin weg. Ich hab gedacht, ich könnte noch ein bisschen Moon sammeln, aber ich hab recht. Aber bringt ja sowieso nichts. Ach, raus hier. Weg hier. Ach. Ja, wir regeln das wie Männer. Ja, wir regeln das wie Männer. Ein U-Boot und mehr Älter, als du dir vorstellen kannst. Ja, ja. Also, komm. Das ist doch ein Bad, Alter. Das war jetzt schon wieder einer. Los, Bienen. Schnapp sie ein. Ich hab jetzt wieder kein Leben, Alter. Ich muss mir... Oh, jetzt darf ich da wieder runterfahren. Du willst mich doch verkackeiern. Wir haben schon einen Fahrstuhl. Kommt der jetzt hoch, oder? Ja. Sag mal, hier bin ich fast am Schluss. Ich kann den Schluss schon riechen. Also, ich hab alles Little Sisters. Perfekt. Das ist das Wichtigste. Das war mit dem hier auch. Das war mit dem hier auch. Ja. Ja. Gut. Wieder der Kuh alleine. Okay. Irgendwie sich einfach hin und tun, so. Filmrolle gefunden. Und auf geht's ins letzte Gefecht. Regeln wir das wie Männer.